Wenn du immer noch glaubst, dass gesunde Ernährung nicht schmeckt und extrem mühsam ist, dann muss ich dich enttäuschen. Gesunde Ernährung kann mega lecker sein. Und das Beste, es geht wirklich schnell und einfach, sodass es jeder kann. Worauf wartest du also, wenn du was an deiner Ernährung verändern magst? Je früher du startest, desto früher wirst du Ergebnisse sehen. Und Ergebnisse sind das, was dich motiviert, dran zu bleiben und weiter zu machen. Hol dir jetzt Ideen von meinem Profil, von meinem Blog oder wenn du Fit & Tasty zu Hause hast, dann schau ins Buch. Da findest du alles, was du brauchst.